Herzlich willkommen zu einem neuen Nerdplay Podcast. Ich bin Lea, ich bin heute aber nicht alleine, denn ich habe auch die Javi am Start. Hi Javi. Hallo Lea. Schön, dass du da bist. Ja, wir wollen heute mal so ein bisschen quatschen. Wir haben heute keinen Gast tatsächlich dabei, weil wir uns dachten, boah, es ist jetzt schon über ein Jahr keine Convention mehr gewesen. Also nicht so richtig. Es gab ja die, ich glaube die Dukomi, oder? Die hat doch stattgefunden. Die Elfia hat stattgefunden. Und die Elfia, ne? Also die beiden Cons haben, glaube ich, stattgefunden. Und wir waren nicht da, weil wir uns das einfach noch nicht zugetraut haben. Deswegen wollten wir mal so einen kleinen Rundumschlag machen, was sich so in letzter Zeit vielleicht auch in der Cosplay-Szene und der Cosplay-Welt und vor allem in unserem eigenen kleinen Cosplay-Kosmos so getan hat. Jaja, wie geht's dir denn so prinzipiell? Ja, also einer der Gründe, warum wir uns entschieden haben, heute keinen Gast zu haben, war ja auch, dass meine, als wir darüber nachgedacht haben, wen wir einladen, dass meine Antwort ein bisschen, ein bisschen negativ geprägt war. Ich möchte das jetzt nur ganz, ganz kurz einmal zusammenfassen. Ich finde gerade alles so furchtbar irrelevant und ich habe sehr große Probleme damit, mich zu motivieren für ein Hobby, das im Moment so wahnsinnig hoffnungslos scheint. Und deswegen wollte ich gerne mit Lea, die schon wieder eine Million in Cosplay-Ideen hat und ihre Motivation wiedergefunden hat. Darüber reden, wie sie das schafft und an was sie hält und was eigentlich dein Ansporn allgemein ist, kostwert zu machen und ganz speziell im Moment dir hilft, deine Ideen weiterzubringen. Obwohl wir noch nicht genau wissen, was so in den kommenden Monaten noch stattfinden kann. Ja, du hast es halt auch echt gesagt. Dadurch, dass keine Cons und so stattgefunden haben, war das bei mir halt auch so, dass ich am Anfang gar keinen Bock hatte, irgendein Cosplay zu machen oder mich um irgendetwas zu kümmern, was mit Cosplay so zu tun hat bei mir. Ich habe ja schon vor zwei Jahren mir ein paar große Projekte auferlegt und gesagt so, ja, nächstes Jahr mache ich das und dann habe ich das geschoben, geschoben, geschoben. Dann ist Deacon ausgefallen, Deacon wurde verschoben und damit halt auch meine Cosplay-Pläne. Also ich meine, du hast ja jetzt in letzter Zeit auch echt auch nichts gemacht, ne? Ne, ich ja noch weniger. Du hast ja jetzt irgendwann wieder angefangen, aber ich habe mich halt in andere Hobbys auch reingesteigert. Ich gieße jetzt meine eigenen Würfel aus Epoxid. Ich habe mit Magic the Gathering angefangen. Ich habe hier zu Hause ganz viel gebaut aus Holz und so, weil wir neue Katzen bekommen haben. Also für mich, mein kreatives Outlet war ja schon immer sehr breit gefächert und dadurch, dass ich halt für die Cosplay-Sachen erstens durch wenig Filme, auch wenig Handsporn und so hatte, aber vor allem auch einfach schon immer eher der Typ Cosplayer war, der ein Cosplay für einen speziellen Event angefertigt hat, habe ich halt wirklich gerade alles in die Richtung ziemlich schleifen lassen. Ja, so ging es mir halt auch. Ich habe meine Cosplays eigentlich immer bisher für irgendwelche Conventions gemacht und ja, wenn dann keine Cons sind, dann machst du halt kein Cosplay. Also ich hatte keine Fotoshootings, weil ich mich auch mit niemandem getroffen habe in dem Bereich und ja, für was soll ich dann halt ein Kostüm machen? Für mich selbst, um das zu Hause anzuziehen? Ne. Ja, also das Nächste, was drankommt, ist halt, ich habe am Anfang der Pandemie viele Masken genäht und habe die auch halt nerdig gemacht und so. Dann durfte man die ja irgendwann nicht mehr tragen, dann war ich sehr, sehr traurig. Aber es ist eine ganz andere Geschichte. Und wir haben ja mit HFF einmal mit dem Andreas Kinder Fotos gemacht, als wir auch den letzten Podcast aufgenommen haben. Das war im Oktober, da haben wir Halloween Fotos gemacht. Genau. Und das war auch ganz cool. Aber es war halt auch kein Cosplay-Shooting in dem Sinne, sondern eher ein Casual-Cosplay-Shooting. Also wir haben jetzt keine fertigen Cosplays mitgebracht, sondern halt eher so, ja, was haben wir denn in unserem Kleiderschrank, was cool aussehe? Ja, genau. Es ging eher so darum, diesen Halloween-Hexen-Vibe ein bisschen einzufangen. Und das Einzige, was in Richtung Cosplay ging, war ja, dass du halt einen Look dabei hattest, der sehr nach Wednesday Addams aussah. Genau. Das war halt auch so das Einzige, was wir in dem Bereich dann gemacht haben. Für mich war es eher eine Gelegenheit, meine Gothic-Kleidung mal wieder anzuziehen. Ja, total, oder? Mit dem Korsett und dem Tütü. Genau, so ein bisschen Emo-Phase wieder aufleben lassen. Ja, also ich habe mich einfach nicht motivieren können. Also dadurch, dass kein Event stattfand, habe ich keine Verpflichtung gehabt und keine Deadline gehabt, irgendwie was zu machen. Oh ja, wir sind große Deadline-Arbeiter. Ja. Und wenn dann halt keine Deadline da ist, dann denkt man sich ja, kann ich ja noch nächste Woche machen oder kann ich ja noch übernächste Woche machen oder irgendwann, wenn ich halt Lust dazu habe. Aber mich hat eigentlich bisher nie motiviert, ja, ich habe Bock, das fertig zu machen, sondern es ist bald eine Convention, also mache ich das fertig. Ja, es ist, ich bin, ich muss ja sagen, das ist bei mir genauso wie beim Schreiben oder beim Malen. Ich bin jemand mit sehr, sehr vielen Ideen und auch mit plausiblen Lösungsansätzen, aber die Umsetzung ist dann seltener der Fall. Also ich plane immer ganz viel und weiß ich nicht, in meinem Kopf sind Ideen für fünf Theaterstücke, aber nur eins davon kommt nachher auf die Bühne oder so. Hm, das kann ich total gut nachvollziehen. Ja, und ich denke, es geht auch einigen CosplayerInnen da draußen auch so, dass halt die Motivation einfach nicht da war, weil die Cons gefehlt haben. Ich meine, immerhin haben ja die L4 und die Dokomi halt stattgefunden, aber es lag ja auch daran, dass die L4 ja komplett draußen war und die Dokomi hatte irgendwie super strenge Auflagen. Das war halt auch alles in einer Zeit, wo wir hier in der Umgebung noch nicht so hohe Fallzahlen oder nicht mehr so hohe Fallzahlen hatten. Also das, die L4 ist ja im Spätsommer, da war es ja hier von der Effektionslage echt tragbarer, sag ich mal, sich zu treffen. Oder wenn unter strengen Auflagen eine Con stattfindet, dann ist es halt auch möglich, das zu machen. Apropos strenge Auflagen, Wie stehst du dazu, wenn Veranstalter zum Beispiel ihre Veranstaltung nur für Geimpfte und Genesene öffnen würden? Weil das ist ja gerade heiß in der Diskussion, was die alles an Lockerungen bekommen sollen. Also ich finde das prinzipiell gut, aber erst, wenn die Möglichkeit besteht, dass sich jeder impfen lassen kann. Also jetzt, wo Prio-Gruppe 3 halt noch dran ist und die aus der 4. halt noch nicht dran dürfen, finde ich es unfair. Einfach, weil die meisten, die auf eine Con gehen, sind so Leute im Alter von, sagen wir mal, 20 bis 45 Jahren oder so. Das ist jetzt der Durchschnitt, würde ich mal behaupten. Und das sind halt all die Leute, die jetzt gerade noch nicht drankommen, ne, mit dem Impfen. Ja, ich finde auch irgendwie wichtig, also im Moment ist ja oft in der Diskussion, dass das gleichzusetzen sein sollte mit einem aktuellen Test, wohin dann andere wieder sagen, ja, aber die sind halt auch anders ansteckend potenziell. Aber es gibt einfach ja auch Leute, mal ganz abgesehen von denen, die sich nicht impfen lassen wollen, die es auch einfach nicht können. Also es gibt ja zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, die es dir nicht erlauben, dich impfen zu lassen. Deswegen ist ja die Herdenimmunität so wichtig, dass also alle gesunden Menschen sich impfen lassen. Und die müssten dann ja quasi, um trotzdem Zugang zu erlangen, sie können nicht geimpft sein, sie können nicht genesen sein, müssten ja irgendwie eine Möglichkeit haben, auch trotzdem teilzunehmen, ohne direkt ihre ganze Krankengeschichte auf den Tisch legen zu müssen, ne. Weil das ist ja schon doch eher was Privates. Ja, also ich kann mir halt gut vorstellen, dass das über einen Attest halt geht, ne, dass man sich einen Attest vom Arzt holt. Und dann da steht, dass man halt aus Gründen nicht geimpft werden kann. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist trotzdem schon, also ich finde, es ist eine gesellschaftliche Diskussion wert, dass, ob der eigene Gesundheitszustand ausschlaggebend sein kann für die Teilnahme oder irgendwo ran. Weil es ja schon dann manchmal auch an Ablismus grenzt. Ja, auf jeden Fall. Also, das muss man einfach schauen, ne. Ich persönlich finde es halt eigentlich gut, wenn man sagt, okay, nur mit negativen Corona-Tests und oder, wenn du geimpft bist oder genesen bist, dann darfst du halt auf die Kon. Weil irgendwie muss man es ja machen, ne. Ja. Ich finde halt genesen auch total schwierig, ehrlich gesagt, weil mit den Mutationen und so. Die können sich halt auch wieder anstecken. Ja, genau. Und es haben jetzt auch einige Virologen ja schon gesagt, dass es eventuell sich so rausmutieren kann, wie wir es mit der Grippe kennen. Also, dass es jedes Jahr ein paar neue Erreger gibt und man auch immer wieder Auffrischimpfungen brauchen wird und so. Also, ich finde, es ist einfach zu früh, um das so hart festzulegen, befürchte ich. Auf jeden Fall. Ja. Also, jetzt im Sommer würde ich sowieso nicht festlegen, weil, wie gesagt, die meisten Leute sind halt noch nicht geimpft, ne. Und wenn die meisten Leute noch nicht geimpft sind, da was festzulegen, ist halt einfach unfassbar unfair. Andere Frage. Also, ich werde ja demnächst geimpft. Ich habe aus gesundheitlichen Gründen eine Prioritätsstufe 2. Und wie fändest du das denn? Also, von einem Standpunkt aus, wenn man geimpft ist, geht man dann da hin, weil man es so vermisst? Oder bleibt man fern aus Fairnessgründen gegenüber den Leuten, die nicht hin dürfen, weil sie halt noch nicht geimpft sind? Also, wenn das jetzt ein Veranstalter entscheidet? Also, ich persönlich würde hingehen, einfach weil ich schon so lange nicht mehr da war. Und ich finde nicht, dass man dann sagt, ja, dann gehen halt alle hin, die sich anstecken können. Dann sollten doch lieber halt alle hingehen, die sich nicht anstecken können, ne. So von der Logik her. Ja, ja, selbstverständlich. Ich meine nur, also, wir haben ja gerade gesagt, du hast ja gerade schon gesagt, du fändest es total unfair, wenn das so geöffnet wird für Geimpfte und Genesene, für die Leute, die halt einfach noch nicht drankommen konnten. Ja. Wenn aber jetzt, sagen wir jetzt mal, du bist geimpft. Bist du ja jetzt noch nicht. Aber sagen wir einfach mal, du bist durchgeimpft, komplett fertig. Und nächste Woche findet eine Convention statt, auf die nur Geimpfte und Genesene dürfen. Boah, da würde ich aber gucken, dass die Gesundheitsauflagen stimmen. Weil ich würde nicht einfach auf eine Con gehen, unter den alten Vorlagen wie früher. Wenn wir uns jetzt mal eine Hotelcon ansehen und da tausende Leute sind. Also, das würde für mich dann nur möglich sein, wenn halt, naja, die Teilnehmeranzahl runtergeschraubt wird, wenn Hygienespender überall sind. Obwohl die Leute alle geimpft sind und genesen? Ja, fände ich schon wichtig, erst mal. Ja. Einfach, weil man an diesem Standard so gewöhnt ist mittlerweile. Also, ich würde mich, glaube ich, unwohl fühlen in einer Situation wie früher. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich, ähm, ich fühl, ich finde es schon immer sehr merkwürdig, wenn ich, äh, mittlerweile, wenn ich meine Maske irgendwo ausziehe. Also, wenn ich, äh, fühlt sich total seltsam an. Ähm, zum Beispiel beim, äh, beim Corona-Test selbst müssen die ja an dein Gesicht. Ja, ja, und dann muss man kurz die Maske ausziehen und dann sitzt man da ohne Maske und denkt, hä? Okay. Das fühlt sich nicht richtig an. Ja. Ja, das ist echt komisch, wie schnell man sich an sowas gewöhnt, ne? Ja. Auf jeden Fall. Schon gruselig. Also, ich weiß nicht, ich, ich fände es schon gut, wenn auch die Gesundheitsauflagen dann einfach stimmen würden. Eben, damit man halt sich nicht trotzdem anstecken kann mit der Mutation zum Beispiel. Also, äh, wir waren ja sowieso schon immer große Fans von breiteren Gängen und besserer Durchlüftung. Das haben wir ja schon in vielen unserer Con-Berichte, ähm, da, wo es gut funktioniert, lobend hervorgehoben und da, wo es eben nicht gut funktioniert hat, auch erwähnt. Mhm. Das fände ich auch total wichtig, dass, wenn man eine Hallen-Convention macht, dass die Gänge halt schön breit sind, dass die Stände nicht jetzt unbedingt total gequetscht aneinander sind. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich denke auch, dass die Hallen-Conventions besser oder schneller wieder ordentlich funktionieren als Hotel-Conventions. Ja. Schon allein aufgrund der Tagsache, dass die meisten, äh, Messezentren halt auch bessere Durchlüftungsanlagen haben und wenn die dann dort die entsprechenden Filter einbauen, sehr, sehr viel sicherer sind. Ja, vor allem bei den Hotel-Conventions, da geht's ja auch um Intimität, ne? Da will man seinem Stargast nah sein, man will bei den Autogrammpanels irgendwie dabei sein, wenn man möchte ein Foto machen und so. Der Vordergrund ist eigentlich mehr, dass du dahin gehst, dir Stände anguckst und dass du in Panels gehst. Und das finde ich bei Hotel-Cons halt nicht so. Ja, Hotel-Cons, also so wie wir sie zumindest erfahren haben, haben ja auch viel mit Community zu tun. Einfach, äh, mit seinen Bekannten und Freunden und Gleichgesinnten einfach auch mal spontan, äh, tanzen mitten in der Messe-Umgebung oder so. Äh, oder blöde Cosplay-Videos drehen. Ja, oh man, ich vermiss das schon echt krass. Ich bin halt echt gespannt, was dieses Jahr noch stattfinden wird, weil die Magic-Con ist ja, glaube ich, jetzt Ende des Jahres, ne? Die wurde auf Herbst verschoben, erst mal vorläufig. Ja. Weißt du, was mit der Fat-Con ist eigentlich? Ja, auch ebenfalls. Also die sind in ein paar Wochen Abstand gesetzt worden. Ah, okay. Weil die Fat-Con sollte ja jetzt eigentlich über Pfingsten stattfinden. Was ja nicht funktioniert. Genau, was halt nicht klappt, weil jetzt halt man noch keine Con machen kann. Und, äh, Comic-Con in Dortmund soll ja, glaube ich, auch wieder am 1. Dezember-Wochenende sein, ne? Boah, du, die Dezember-Sachen, da bin ich, äh, tatsächlich überfragt. Soweit ich weiß, Dortmund und Stuttgart beide irgendwann. Ja, stimmt, Stuggi auch. Ähm, es ist echt krass, das ist... Die sind die einzigen, von denen ich ganz sicher weiß, dass die schon auf nächstes Jahr verschoben haben. Genau, die haben auf 22 verschoben. Ich finde das auch, äh, tatsächlich die allerbeste Lösung, weil ich kann, ich kann es mir noch nicht vorstellen, dass dieses Jahr noch was stattfindet. Also ich bin für den Herbst-Winter relativ optimistisch, dass du halt schon sowas, äh, machen kannst, wenn halt die Impfkampagne so läuft, wie die Bundesregierung sich das vorstellt und wirklich bis zum Sommer alle ihr Impfangebot bekommen haben. Ja, dann kann ich es mir auch eher vorstellen. Aber die CCXP zum Beispiel, die legt ja auch großen Wert auf ihre Internationalität. Ich meine, die anderen Conventions haben auch immer internationale Gäste, aber CCXP ist ja so gesehen kein deutsches Konzept, so wie die Events von der FatCon oder von, ähm, den Machern von der Comic-Con Dortmund. Weil, ähm, ja, dadurch, dass die halt international sind und ein internationales Team haben, denke ich, dass die halt, äh, einfach auch aus dem Grund noch weiter verschieben, dass die, ähm, die, äh, Reisebeschränkungen und die verschiedenen Quarantäneregelungen und den ganzen Kram erst locker brauchen, bevor die überhaupt, äh, an ihr Konzept, so wie sie es haben wollen, denken können. Ja, da muss auf jeden Fall dran gearbeitet werden. Ja, während die, äh, deutschen Produzenten von Conventions ja auch viel mit lokalen, also nationalen Stars arbeiten können, äh, Synchronsprecher hatten wir schon da. Wir haben viele Cosplayer oft da auf den, ähm, Hallen-Conventions und so weiter und so weiter. Da muss man dann wirklich nur um die, in Anführungszeichen, paar Hauptgäste, äh, herumarbeiten mit den, äh, Reisen und, äh, und so weiter. Ja, also da bin ich echt mal gespannt, wie das halt weitergeht, ne, weil, wie gesagt, ich, ich kann's mir halt noch nicht so richtig vorstellen. Ich, ich würde es mir gerne richtig vorstellen können, aber ich bin halt noch skeptisch. Aber, ähm, falls es stattfindet und falls sie sich halt gut was überlegen mit Hygienekonzept und so, will ich auf jeden Fall auch wieder hin. Und wie ist das bei dir? Ja, ähm, ich bin ja, was sowas angeht, sehr, sehr vorsichtig gewesen im vergangenen Jahr, weil ich halt eine Autoimmunerkrankung habe. Aber da ich jetzt halt geimpft werde, werde ich mich sicherlich nach der Impfung sicherer fühlen. Also, ich bin im, Anfang Juli bin ich fertig geimpft. Das heißt, ich, wenn dann auch, wenn das dann auch möglich ist, werde ich auch im Sommer wieder ins Kino gehen können und Filme gucken. Und dann kommt auch wahrscheinlich meine Motivation für Cosplay wieder mehr hoch und so weiter und so weiter. Also, der ganze Rattenschwanz, der da dranhängt, die ganze Fankultur und das Zusammenkommen und so. Also, ähm, ich denke, das könnte halt sehr gut sein, dass sich das für mich im Sommer wieder eröffnet. Also, dass ich da wieder auch meine Leidenschaft viel mehr wieder finde. Und dann würde ich selbstverständlich auch gerne auf Conventions gehen. Ja, also, am 30. Juli soll ja auch das Elbenwald-Festival stattfinden. Also, aktuell ist es noch nicht abgesagt. Kannst du dir vorstellen, dass das jetzt schon stattfindet im Sommer? Also, Elbenwald-Festival ist ja alles draußen eigentlich. Aber die haben halt so Zelte aufgebaut. Und da stehst du halt trotzdem mit 3000 Leuten drin. Also, wie gesagt, diese Impfkampagne, so wie die Bundesregierung sich das vorstellt, soll die Erstimpfung für alle Deutsche im Juli durch sein. Aber im Moment weiß ich nicht, ob das alles so läuft wie geplant, ehrlich gesagt. Da habe ich keinen guten Überblick. Für mich fühlt es sich halt nicht so an. Aber wenn man die Zahlen im Fernsehen und so sieht, dann scheint das ja ganz gut zu laufen. So grob. Skeptisch, skeptisch. Ja, ich bin kein, also, ich bin weder Impf- noch Regierungskritiker, ehrlich gesagt. Aber ich habe dir ja auch schon oft genug gesagt, ich nehme alles, was die mir in den Arm spritzen. Das ist mir egal. Der Arzt wird schon wissen, was er tut. Dafür haben die alle ihre Professionen. Ich will ja auch nicht, dass mir im Friseurstuhl jemand erzählt, wie ich die Haare zu schneiden habe. Ja, eben. Aber ich sehe auf jeden Fall Potenzial für bessere Umgehensweisen, die aber nun leider halt nicht mehr rückgängig machbar sind, weil sie in der Vergangenheit liegen. Ja, also mal gucken, ob das Elbenwald-Festival tatsächlich so stattfindet. Das wäre natürlich superschön. Ich fände es auch mega, weil ich da ja auch als Gast eingeladen bin. Ja, als Liberiarium. Und das würde mich natürlich total freuen, wenn ich da halt mal endlich wieder was machen könnte. Ich habe jetzt seit wie langer Zeit nichts mehr gemacht? Seit einem halben Jahr? Ja, es war doch diese eine Premiere-Ding, wo ihr da ins Kino geladen wurdet, diese eine Premiere-Sache. Was war das im Herbst oder so? Das war Star Wars, als der neunte Teil rauskam. Aber das ist ja schon zwei Jahre her wieder. Echt? Hä? Nee, ich meinte, es gab doch eine Sache, die während der Pandemie war, wo du auch so schlechte Rückmeldungen zu bekommen hast. Obwohl eigentlich das viele Konzept echt gut war. Ja, stimmt. Von einem Verlag war das für Twilight, für das neue Buch. Ach, stimmt. Für die Edward-Version. Genau. Und das war die einzige Veranstaltung, die stattgefunden hat während der Pandemie mit einem grandiosen Hygienekonzept. Und nur weil das so gut war, das Hygienekonzept, bin ich da halt auch in Gefahr, ne? Ja, ich weiß noch, wie du da mit dir selber gestruggelt hast, ob du sollst oder nicht. Aber, äh... Ja. Ja. Das war alles super. Das ist schon krass, wie lange das alles her. Ich meine, wir haben mit unseren Hipster-Ferrengeflächen ja auch ewig kein Fotoshooting gemacht, weil es ja auch im Moment einfach nicht geht mit Gästen und so. Richtig. Ich meine, du hast den Vorteil, dass du natürlich mit der Jenny zusammenwohnst. Ihr seid ein Haushalt. Also... Ja, das ist praktisch. Genau. Und mit der Ein-Haushalt-ist-okay-Regelung darf ich euch dann auch ab und zu besuchen. Und deswegen leidet wenigstens unser Trio Infernale nicht so ganz darunter, dass die Beschränkungen bestehen. Zum Glück kann man ja auch Podcasts aufnehmen, ne? Dadurch, dass man da sich halt eh nicht treffen muss in Persona, ist das halt ganz praktisch, ne? Ja, das stimmt. Es lebe die Technik. Ha, ha, ha. Ich hab ja auch im Namen von Nerdizismus mit Darth Bronker im Comic-Con-Stream einmal gemacht. Und da weiß ich noch, haben wir gesagt, wir müssen öfter zusammen streamen und da ist voll spannend und da ist nichts draus geworden. Ja, so ist das halt manchmal, ne? So ist das. Ja, man nimmt sich Dinge vor und dann... Klappt's nicht. Ja, aber es sind ja auch besondere Umstände, ne? Ganz genau. Wie sieht's denn bei dir so prinzipiell aus? Hast du mittlerweile irgendwelche Cosplay-Ideen, die du gerne irgendwann umsetzen wollen würdest? Ja, Ideen schon. Also ich hatte ja, als Wanderlisten rauskam, hab ich ja direkt gedacht, boah, Agatha ist aber schon eine coole Sache. Ähm, aber ich... Auf jeden Fall. Mittlerweile glaube ich halt, dass ich mich in dem Kostüm selber dann nicht so sehr als Agatha sehen würde. Ich weiß nicht genau, warum. Okay. Weil ich... Ich habe eine Vermutung, dass es daher kommt, dass ich als Jugendliche und junge Erwachsene habe ich viel Kindertheater gemacht und war dann halt oft in den späteren Jahren die böse Hexe und so weiter. Und wenn ich dann halt einfach mehrere Lagen dunkler Kleidung anziehe und so lockig zerstrubbeltes Haar, dann bin ich halt, ja, eine böse Hexe. Aber bin ich dann unbedingt Agatha? Hm, weiß nicht, ob ich mich dann nicht einfach nur wie eine böse Hexe aus dem Kindermärchen fühle, weißt du? Okay. Verständlich. Ich habe gestern Thunder Force auf Netflix geguckt mit Minister McCarthy. Oh ja, der ist nice. Als da damals die ersten Setbilder rauskamen, habe ich schon gesagt, boah, geil, plus sei es Superheldin. Mega. Voll gut. Also das wäre was, worauf ich ziemlich Bock hätte, zumal, ja, ich ja auch noch nie so richtig, so, so, das ist ja nicht ganz Rüstungsbau, aber so ein bisschen Schaumstoff wird man schon benutzen müssen. Das habe ich ja noch nie gemacht. Ich habe auch immer noch im Kopf Tilly aus Star Trek Discovery. Oh ja, das ist auch richtig cool. Am liebsten natürlich als Captain Killy. Natürlich, was auch so. Aus der dunklen Realität. Und ansonsten bin ich tatsächlich im Moment relativ leer im Kopf, was das alles angeht, weil, ja, wie gesagt, dieser Umsetzungsdrang bei mir einfach nicht besteht. Ich habe halt so auch so eine Liste mit Charakteren hier irgendwo auf dem Computer gespeichert, habe ich aber ewig schon nicht mehr geöffnet. Ja. Und ich möchte unbedingt, also zwei Sachen, die ich schon immer machen wollte. Eine davon, die Ursula von der kleinen Mellungfrau, habe ich schon mal als Karnevalskostüm gemacht, aber halt dann nur so zacki zacki und musste für die Straße sein. Und ich wusste, dass es ja quasi bei fünf Tage Feiern relativ in Mitleidenschaft gezogen wird. Deswegen habe ich da auch jetzt nicht irgendwie super hochwertige Materialien verarbeitet. Dementsprechend ist das Kostüm aber dann natürlich auch nicht wirklich mehr rettbar. Und ich habe dann auch irgendwann mal die Tentakel zu einem Halloween-Kostüm als Spinne umgearbeitet. Also da ist nichts mehr von übrig. Ja, dann ist eh lost. Genau, aber eine coole Ursula würde ich immer noch sehr gerne machen. Ja, es würde dir auch mega gut stehen. Dankeschön. Ich würde dir gerne so kulturmäßig machen, weißt du, so ein Ballkleid-Ding. Ach, cool. Und, ähm, Bisa-Flor. Hahaha, geil. Also, Bisa-Sam kriegt von den Startern immer ein bisschen Hate, ne? Alle sind immer entweder Pikachu, Glumanda, gibt eine große Shiggy-Fanbase. Aber Bisa-Sam wird oft übersehen oder als der Schwächste dargestellt. Aber, also ich bin sowohl von Bisa-Sam als auch von all seinen Weiterentwicklungen großer, großer Fan. Und Bisa-Flor ist das chilligste Pokémon nach Relaxo. Und, äh, einfach so wunderschön mit der großen Blume hinten drauf. Und ich glaube, also ich habe schon im Internet ein paar schöne, so Ballgown-Cosplays dazu gesehen. Oder auch mit so einem Blumenregenschirm als Accessoire für oben drüber. Und ich glaube, da könnte ich mich kreativ ganz gut austoben. Ja, das wäre auf jeden Fall was für dich. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Du darfst gerne mein Glurak sein. Haha, ich würde, glaube ich, eher Shiggy machen. So mit Sonnenbrille, Panzer auf dem Rücken. Das kann ich mir besser vorstellen bei mir. Ja, mein Shiggy-Gang. Richtig. Ja, das klingt doch eigentlich ganz gut schon mal als Pläne, die du hast. Ja, und ich glaube, wenn jetzt spontan eine Convention käme und ich was, einfach nur was aus meinem Schrank nehmen würde, würde ich total gerne die gute Fee nochmal tragen. aus Schreck, also die Schreck-Gute-Fee. Das ist eines meiner Lieblings-Cosplays, was ich habe. Und ich würde auch noch wahnsinnig gerne mein Glimmer-Cosplay nochmal updaten, um den neueren Look aus der letzten Staffel umzusetzen. Weil ich liebe Glimmer. Und die hat so ein cooles neues Outfit als Königin. Oh, das klingt nice. Nur ich habe nicht mehr die lilanen Haare dafür, also... Musst du dir halt eine Perücke organisieren. Ja, das stimmt. Dann müsste ich dann nochmal ein bisschen mehr... Oder halt wieder lila färben. Ich meine, es ist ja nicht so, als würde sich meine Haarfarbe nicht alle paar Wochen ändern. Das könntest du natürlich auch machen. Easy way out. Ich weiß von dir, dass du Wanda Maximoff cosplayst. Oh, yes. Und zwar nicht zum ersten Mal. Nee, tatsächlich. Also ich habe die kleine junge Wanda in Age of Ultron ja schon gemacht. Und ich bin einfach ein mega Fan von ihr. Und als ich dann das Ende gesehen habe von Wanda Vision, wollte ich natürlich auch das neue Outfit machen. Es ist so wunderschön. Ja, meine Überlegung war halt, ich mache das auf gar keinen Fall selbst. Auf gar keinen Fall. Bei viel zu viel Lederarbeit und so. Das ist halt auch ein krasses Kostümdesigner-Design. Das ist jetzt nicht mal eben so irgendwas aus einem Cartoon umgesetzt oder aus einer Comic-Seite. Sondern es ist mega viel Arbeit und Gedanken von der Kostümdesignerin da reingeflossen. Und von Elizabeth Olsen selbst ja auch. Das ist schon echt ein Hausnummer. Also wer das sich zutraut, alleine hinzukriegen, da habe ich riesen Respekt vor. Ja, mega. Und deswegen habe ich mir das im Internet bestellt. Also das war auch tatsächlich irgendwie zwei Tage oder eine Woche, nachdem das Staffelfinale gelaufen ist, gab es das Kostüm schon. Und da habe ich mich total gefreut. Und dann habe ich sofort zugeschlagen und irgendwie, ich glaube für 120 Euro, 130 Euro. Ich bin mir gerade, oder war das noch weniger, waren es 130 Dollar. Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall für einen totalen Schnapper habe ich dieses Kostüm geschossen. Und es passt perfekt, es sieht geil aus. Ich habe mir noch eine Perücke dazu geholt. Und ja, Scarlet Witch werde ich auf jeden Fall auf einer Conte tragen, das nächste Mal. Super. Und machst du da noch irgendeine Arbeit, irgendwas weathern? Oder musstest du was anpassen von der Breite oder so? Oder haben die das dir maßgeschneidert? Oder wie sieht das aus? Die haben mir das tatsächlich maßgeschneidert. Also ich musste auf der Homepage angeben, welche Größe ich habe. Und da habe ich gesagt, ja, macht mal hier so irgendwas zwischen L und XL. Und dann haben die mich angeschrieben und meinten so, ja, schick uns doch mal deine konkreten Maße, weil wir schneidern das halt eh. Nice. Und dann habe ich denen meine Maße gegeben und dann haben die mir das perfekt angepasst. Also es sitzt wie angegossen, richtig krass. Und ich habe da auch nichts drauf bezahlt oder so. Ja, das ist ja mal Service, würde ich sagen. Ja, mega Service einfach. Ja, ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weathern, denke ich. Aber jetzt, wo halt keine Conne ist, sehe ich halt noch nicht das Bedürfnis, das zu weathern, weißt du? Ja, prinzipiell ist, also wir haben sie ja in dem Outfit auch noch nicht so viel in Action gesehen, beziehungsweise auf jeden Fall nicht so, dass ihr Outfit in Mitleidenschaft gezogen würde. Also es ist dann ja wahrscheinlich mehr so ein eingetragen Look und nicht so Damage oder so. Genau, ja. Da muss ich einfach mal gucken, ob ich mich traue, Damage reinzumachen. Ja, später vielleicht. Wer weiß, was Wanda so in Multiverse of Madness anstellt. Genau. Und ob wir das Kostüm nochmal sehen, ob das jetzt erstmal ihr Kostüm bleibt, das hoffe ich natürlich. Ja, ich auch. Und da sie das ja jetzt einfach mit Magie an und auszieht, wie wir ja am Ende der Serie hier auch gesehen haben, als es dann plötzlich wieder ein Hoodie war. Zack, zack. Richtig praktisch. Ja, und dann arbeite ich noch an Jester aus Critical Role. Das ist ja so ein Cosplayer. Dein Longtime-Project. Mein Longtime-Project. Da habe ich ja quasi schon vor zwei Jahren angefangen, die ersten Sachen zu kaufen. Und ich musste einfach meinen Hintern hochkriegen für dieses Cosplay, weil ich gesagt habe so, okay, im Winter, Herbst finden die ersten Cons wieder statt. Wenn du das fertig haben willst, musst du jetzt wirklich anfangen damit, sonst schaffst du das nicht. Und tatsächlich habe ich dann mir gesagt, okay, ich habe keinen Termindruck, absolut keinen Zeitdruck. Ich kann arbeiten daran, wann ich will. Und es läuft super. Also, ich hatte dann mal angefangen, an einem Wochenende als erstes das Oberteil zu machen. Die trägt ja quasi so... Das ist eine Lüge. Ich weiß, dass du als erstes ein Accessoire gemacht hast, ein Prop. Ja, ah ja, okay, die Accessoires, das stimmt. Die habe ich auch vor zwei Jahren gemacht. Ich rede jetzt von diesem Jahr. Ich meine die Waffe. Ai, den Lollipop, ja. Den riesen Lollipop. Ja, du hast total recht, habe ich völlig vergessen. Ich hatte an dem Lollipop vor zwei Jahren gearbeitet. Dann lag der zwei Jahre lang in der Ecke rum. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich fange jetzt an mit dem Cosplay. Und dann habe ich überall Pappmaché drum gemacht. Dann habe ich den angemalt und so. Ja, du hast vollkommen recht. Ich weiß das zuweilig, weil Lea und ich natürlich darüber gesprochen haben. Und weil ich mitgeholfen habe zu entscheiden, dass da noch mehr Bling Bling dran musste. Wie viele Hotfix-Steine hast du jetzt da dran gebügelt? Äh, ich habe das gar nicht gebügelt. Ich habe die mit Hand aufgeklebt, jeden einzelnen Stein. Ich glaube, das sind über 3000 Steine. Leute, es wird glitzerig. Das ist nur am Lollipop. Ja. Also das wird richtig cool. Ja, und dann habe ich danach angefangen, die Bluse zu machen, diese Off-Shoulder-Bluse. Hast du total recht. Das ist wie so ein Dürndeloberteil, ne? So ähnlich. Genau, mit ganz langen Ärmeln und so, die bis zum Boden fast reichen. Und das war für mich auch eine kleine Herausforderung, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Ärmel sind sowieso ätzend. Ja, ja, und dann habe ich halt, ähm, den Unterrock gemacht, nachdem ich mir ein Petticoat bestellt hatte. Und dann habe ich angefangen, den Überrock zu machen. Und als der Überrock auch fertig war, habe ich alles gefärbt, weil das so ein Ombre-Rosé-Look halt auch noch hat, ne? Und jetzt als nächstes warte ich darauf, dass, ähm, mein ganzes, meine, äh, Applikationen halt alle kommen. Weil die kommen dann auch an den Rock und an die Ärmel. Also es ist wirklich ein krasses Projekt. Und wenn das halt fertig ist, dann möchte ich dann auch gerne wieder bei, ähm, Auftritten mitmachen. Da habe ich dann Bock drauf, weil das ja alles selbst gemacht ist, ne? Und Applikationen sind dann so Stickereien und so, oder was meinst du? Genau, so Blümchenstickereien sind das. Okay. Also einfach gestickt, draufgestickte Blumen auf so einer Lace und dann nährst du das halt einmal drauf. Ja, ja. Damit das halt noch geiler aussieht. Ja, ich, äh, ich, äh, ich kenne so, ich hab, ähm, im vergangenen Sommer hab ich, äh, ich trage ja normalerweise keine Jeans, wie du weißt. Aber ich habe mir im vergangenen Sommer eine Jeansjacke, äh, auf Kleiderkreise geschossen und einen Jeans-Overall im Sale. Äh, und da habe ich dann auch so, äh, Bügelbilder, beziehungsweise ich hab die dann ja, ähm, nicht als, äh, nicht als Bügelbilder, sondern als Aufnäher, äh, festgemacht. Auch mit so Blumen und, und so einem, äh, Van Gogh Starry Night Design und so. Also, ähm, so eine Applikation kann schon echt nochmal ein Kleidungsstück von, äh, 95 auf 100 Prozent bringen. Ja, das wertet das total auf. Also, das ist absoluter Hingucker, wenn das erstmal drauf ist, aber. Das ist halt so, ich muss ja jetzt wieder den Hintern hochkriegen und das machen, ne? Ja. Und wenn das fertig ist, dann setze ich mich ans Cape. Dazu muss ich aber erstmal den Stoff noch bestellen. Und die Corsage, die mache ich, glaube ich, so ziemlich zum Schluss. Weil vor der habe ich halt am meisten Respekt. Also, dieses Cape, die hat ja so ein Übercape an. Das ist kein Problem. Das krieg ich easy peasy hin. Ja, ich glaube, du hast schon genug Umhänge genäht. Ja, ja, ne Corsage halt selbst zu nähen, das ist für mich auch das erste Mal. Das wird ganz interessant. Ja, zum Glück hast du schon einige Erfahrungen mit Kunstleder sammeln können. Genau. Dass wenigstens nicht das auch noch das erste Mal ist. Das stimmt. Ja, das ist so mein, äh, Langzeitprojekt, an dem ich ja, aktuell arbeite. Und, ähm, mal gucken, was noch so an Cosplays kommt. Also, ich würde auch total gerne meine Ray nochmal anziehen, weil ich die bisher nur ein einziges Mal auf einer Con anhatte. Und das ist natürlich mega schade, weil ich an der Ray ja auch total lange gearbeitet habe, ne? Ja, die, die würde meiner Meinung nach aber auch für immer gehen. Weißt du, es gibt ja so Cosplays, die sind... Wie Harley. Es gibt ja so Cosplays, die sind so eine, so eine Trendsache, ne? Weiß ich nicht, die, die, ähm, Harley Quinn, äh, aus dem Suicide Squad, äh, wird wahrscheinlich nicht so langlebig sein wie die klassische rot-schwarze Harley Quinn, die wir in einer Millionen Varianten immer wieder neu durch die Comics haben aufleben, äh, blühen sehen. Aber, äh... Das glaube ich gar nicht, glaube ich gar nicht. Diese Harley Quinn Suicide Squad ist so ein beliebtes Cosplay. Ich glaube, das werden wir noch lange sehen. Aber meinst du auch noch in zehn Jahren? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also, ich, also, gut, ja, in den Comics hat jetzt Harley auch ganz oft die Haarfarbenkombination zum Beispiel. Also, die haben das ja jetzt so ein bisschen gemerged, sage ich mal, die beiden Looks. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen. Aber du hast natürlich recht, die klassische Harley wird theoretisch länger leben als die Suicide Squad Harley. Ja, auch so was. Also, ich meine, es gibt Darth Vader-Cosplayer, seit es Darth Vader gibt. Ja, also... Und die wird's auch noch geben, egal wie viele andere Star-Wars-Filme es geben wird, wird Darth Vader immer bleiben. So. Und das meine ich mit, ich denke, dass Rey halt auch langlebig wird, weil die halt das Symbol für die neue Trilogie ist, genau. Ich hoffe es halt, also, mal gucken, weil, wie gesagt, ich hab's bisher irgendwie nur sieben, acht Stunden auf einer Con getragen und das war ein bisschen schade, weil ich, wie gesagt, einfach super viel Arbeit da reingesteckt habe und ja auch alles da selbst gemacht hab. Ja, und es ist ja auch sehr akkurat gewesen. Also, nicht bloß einfach irgendwie irgendeine Jedi-Kutte. Genau. Ja, das stimmt. Das war mir auch wichtig. Ja, aber ansonsten hab ich auch aktuell keine weiteren Projekte, weil Jester halt so viel Platz einnimmt. Also, das ist echt krass. So viel hab ich an einem Cosplay noch nie selbst gemacht. Und Jester ist ja eine, ähm, Hollenspielfigur. Das heißt, wir haben keine Film- oder Comic-Vorlage. Du hast also ein Fanart genommen, ne? Genau. Ja, ich hab ein Fanart genommen und mich davon inspirieren lassen, weil natürlich kriegst du's nie eins zu eins so super akkurat wie auf der Fanart hin. Ich hab jetzt, ähm, zum Beispiel nicht eins zu eins die gleichen Blumenapplikationen. Die hat so rosane Blümchen am Rock und an den Ärmeln halt. Und ich hab geguckt, okay, was kommt dem sehr nahe? Was sieht aber geiler aus? Weil ich wollte halt nicht einfach irgendetwas nehmen, sondern schon irgendwie was, was cool aussieht. Und der Lollipop zum Beispiel, der wird auch nie richtig gezeigt. Da hab ich mir dann auch einfach überlegt, okay, wie kann ich den cool aussehen lassen, dass der halt glitzert und, ähm, einfach genial aussieht, ne? Also irgendwo auch ein bisschen Eigenkreation einfach mit dabei. Genau. So ein bisschen einfach geguckt, wie ich das halt schön finde, ne? So wie ich das mit Bisa Flor machen würde, weil ich mir natürlich keinen, äh, Vierbeineranzug-Dings da Mechatronic bauen würde, sondern halt ein Kleid, ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Da hätt ich nämlich auch keinen Bock drauf. Ja, man muss halt immer so ein bisschen gucken. Also, ich bin ja auch ein Freund davon, alles so screen-accurate wie möglich zu machen. Aber es gibt halt Cosplays, da brauchst du das wirklich nicht, ne? Also, ich hab jetzt auch echt gelernt, dass den meisten Leuten das wirklich Wumpe ist, ob das screen-accurate ist oder nicht. Manchmal sieht's auch sogar besser aus, wenn du's ein bisschen anders machst. Zum Beispiel, ähm, bei meinem Glimmer-Cosplay. Das ist ja vom, äh, das ist ja ein Cartoon. Und der Zeichenstil ist sehr, sehr simpel. Also, da hast du, äh, ziemlich einfarbige Flächen. Und, ähm, da hab ich halt zum Beispiel gemerkt, als mein, meine Schuhe, die ich mir, die Stiefel, die ich mir gemalt habe, wenn ich die nur einfarbig angemalt hab, sah das alles irgendwie so plastikisch und billig aus. Und wenn ich dann durch Weathering und Schatten und Highlights und so, hab ich die Schuhe halt realistischer aussehen lassen. Weil ich bin halt nun mal keine Comic-Figur, die nur zweidimensional ist. Genau. Ja, man muss halt einfach immer selber ein bisschen abwägen, so, ne? Was einem, wo man die Abstriche halt machen könnte, theoretisch. Ja, das stimmt allerdings. Also, einfach mal gucken, wie es jetzt mit Jester weitergeht für mich. Und, äh, für dich natürlich die Hoffnung, dass du, äh, den Hintern hochkriegst. Ja, 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 ja. Ich bin halt gerade in anderen Gefilden des Fandoms unterwegs. Du musst dir vielleicht einfach mal ein paar Stoffbuben bestellen. Das hat mir persönlich auch weitergeholfen. Ja, ich, mein, also, ich bin ja auch immer sehr knapp bei Kasse und im Moment halt, äh, extrem, wie so viele andere Leute in dieser Pandemie auch. Deswegen fällt es mir halt da schwer, ähm, zu sagen, ich, äh, nehme jetzt Geld in die Hand für dieses Hobby, wo ich auch so viele tolle Hobbys habe, wo ich halt kein Geld für brauche. Weißt du, das ist halt so ein bisschen mein, mein Struggle gerade. Und ich glaube, das geht vielen so, weil die Pandemie halt, ähm, vielen Leuten auch finanziell echt Druck gemacht hat oder halt auch mental. Ähm, bei mir kam die mentale Krise kurz vor der Pandemie. Wurde dann aber natürlich dadurch nicht geholfen. Aber, ähm, ja, ich bin im Moment dann doch eher ein bisschen Sparfuchs und gucke, was ich aus alten Kleidungsstücken umwandeln kann und so weiter. Deswegen wird es wahrscheinlich halt die coole Thunder Force-Rüstung äh, vielleicht jetzt dieses Jahr noch nicht, sondern halt eher etwas, äh, was ich mehr im Casual-Bereich oder im Closet-Bereich ansetzen kann. Oder halt etwas, wo ich wirklich, wie bei einem Visa-Floor oder so, so sehr in die Fantasie gehen kann, in die Eigenkreation, dass ich nicht das Gefühl habe, irgendwie, äh, nicht gut genug zu sein, wenn es nicht screen-accurate ist, weil es halt meiner eigenen Fantasie entspricht. Mmh, ich verstehe total, was du meinst. Tja. Also, weil, genau, das ist halt auch das mit dem Stoffproben bestellen, ne, weil das ist dann erstmal der erste Schritt, kostet halt erstmal auch Geld und nicht nur Überwindung. und, ähm, ich denke, dass ich wahrscheinlich halt erstmal mit vorhandenen Stoffen und so arbeiten werde. Ich habe zum Beispiel noch ganz tollen hellblauen Stoff von meinem Lady Olenna, ähm, in Jung. Ja. Davon habe ich noch ziemlich viel Stoff übrig. Vielleicht, äh, mache ich daraus was. Ähm, ich habe, wie gesagt, auch noch, äh, von der, von der Ursula, die dann zur Spinne wurde, da habe ich auch noch von dem schwarzen und lilanen Satin was übrig. Also, wer weiß, wer weiß. Ja, einfach mal gucken, ne? Richtig. Ja, uns würde es natürlich jetzt auch voll interessieren, ähm, worauf habt ihr denn demnächst so im Podcast irgendwie Bock? Also, gibt es spezifische Themen, über die wir reden sollen? Wir haben schon gesagt, wir würden total gerne eine Folge zu, ähm, Perücken machen, weil sich Javi halt richtig gut damit auskennt. Ähm, und welche Stargäste wollt ihr denn gerne noch irgendwie, im Cosplay-Podcast haben? Gibt es da irgendwie bestimmte CosplayerInnen, äh, von denen ihr sagt so, boah, die müsst ihr unbedingt mal interviewen, holt die mal ran? Schreibt uns das gerne mal, äh, in die Kommentare. Wir würden uns da total freuen über euren Input, worauf ihr halt Bock habt. Ja, in dem, äh, auf der Homepage von Nerdizismus könnt ihr auch eine WhatsApp-Nummer nachlesen, wo ihr die Sachen auch, wenn ihr kein Kommentarmensch seid, einfach mal per WhatsApp, äh, an Nerdizismus schicken könnt, sodass wir, äh, da direkt mal ein bisschen Input haben und, äh, wissen können, wie wir diesen Podcast für euch noch schöner gestalten können. Genau, oder ihr kommt einfach in den Nerdizismus, äh, Discord-Channel. Da könnt ihr dann natürlich auch jederzeit schreiben und mit uns diskutieren. Genau, und in jedem Livestream könnt ihr auch einfach, auch wenn's off-topic ist, äh, etwas für, äh, uns, äh, Nerdplayer da lassen. Das ist alles, äh, wir sind alle in Kommunikation miteinander. Das findet alles immer den richtigen Empfänger. Ganz genau. Ja, dann, äh, bedanken wir uns auf jeden Fall herzlich fürs Zuhören heute bei dieser kleinen Plauder-Folge rund ums Thema Motivation finden, Conventions, Corona, Und was uns nun mal gerade so beschäftigt. Genau, und wie immer würden wir uns total freuen, wenn ihr auch auf, äh, unserem Blog bei Hipster-Fangirl-Fashion reinguckt oder auf unserer Instagram-Seite. Die, äh, findet ihr unter Hipster-Fangirl-Fashion. Einfach, ähm, einfach in der Suchleiste eingeben. Ganz easy peasy, ne? Ja, eigentlich sollte das easy peasy sein, aber da wir wissen, äh, wie oft wir auf Conventions schon falsch vorgelesen worden sind, Hipster-Fangirl-Fashion. Als ein Wort. Wie Hipster-Girl-Fan-Hipster-Fan-Fashion-Girl. Fashion-Girls. Ja, ja, wir kennen das. Wir haben schon alles gehört. Super, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und, äh, bis bald. Bis dahin.